Na, ihr kleinen Mini-Monster? Wäre jemand bereit für ein Frühstück? Oh, der Meier. Meier mit dem Kopf schon weg. Jawoll, Meier-Maus. So, zwei. Und gleich ein Kacki hinterher. Jawoll. Jawoll, 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 jawoll. Ui, ein riesen Kacki. Der fällt gar nicht rein. Ich hole mal die andere Pinsel. So, guck mal hier drauf. Die Klo-Pinsel. Jawoll. So, weiter hin. Körle-Maus. Meier. So, gut, toll. Körle. Körle. Was? Körle auch Kacki? Zeit? Ne? Oh, ja. Hat der Meier den Körle gefasst? Er geklaut. Meier. Super. Super. Na, jetzt du. Weißt noch nicht. Ups. So. Na, kommt was? Ja, nein, vielleicht. Jetzt kommt erst mal wieder was von oben. Und dann klucken. Ja, ja, gut. Jetzt wird ja immer besser. Mhm. So, jetzt. Prima. So, Meier Minimaus. Passt noch was? Weiß ist das? Gut. Diese waren auch sehr dicke Fumis. So. So, wieder Betten machen. So. Upsi. Reingekippt. Habe ich euch mal reingekippt. Mhm. Gibt's auch. So. Prima gemacht. Und weiterschlagen. Und wisst ihr was? Ich kann mich auch gleich nochmal hinlegen. Weil heute ist ein Samstag. Jawohl, jawohl. Da. 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 Da.